Wird der ja wohl irgendwo rumliegen. Die Raptoren sind weitergezogen, aber jetzt ist da ein Troll dafür, oder was? Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Nein, nein. Hier wird doch irgendwo das Ding sein, oder? Na, der Felswand? Ich mein... Sind wir doch hier. Vielleicht hier... Was? Wie bereit machen? Ist das ein... Ist doch nicht ernsthaft ein Mutant, oder? Wirklich? Und... Alle. Keine Munition mehr. Ich hab so irgendwie das Gefühl, das wird nix mehr. Aber hey... Oh, das sind mehrere. Habe ich jetzt ernsthaft Fallschaden bekommen? Ach, Leute, Leute, Leute. So... Nehm halt das nochmal mit. Okay! Ach, guck mal, hier ist ja sogar eine... Oh, ich würde sie so gerne mitnehmen. Sieht sehr, sehr rot aus für Eisen. Aber naja... Okay... Ja, ja... Na, der Felswand, hm? Bestimmt hier direkt irgendwo. Äh... Ja... Ja... Großelixitbeufel. Mach schnell, mach schnell, mach schnell. Der Troll kommt, glaube ich. Na, woher? Kommt noch nicht so schnell zurück. Ja, okay. Läuft erstmal dort vorne rum. Wunderbar. Wir verdrücken uns mal. Dass du uns hier nicht wieder... Oder generell gar nicht wieder. Stimmt ja nicht. Hast du uns ja noch nie gesehen. So. Na, der Felswand. Ich muss doch hier jetzt... Ach, wa... Warte mal. Hier! Hier! Hier sind wir mal aus Versehen runtergefallen. Ach, ja. Aber es ist nicht das, wo der Bogen ist anscheinend. Aber hier sind wir mal trotzdem aus Versehen runtergefallen von oben. Auch gar nicht allzu lange her. Naja, okay. Es ist schon ein bissel her. Aber... Äh, ja. Nimm, wüsste Bescheid. Uuuuh. Ui. Hm. Okay. Hier in der Felswand anscheinend nicht. Wir gehen mal weiter. Ist da vorne eine fucking... Höhle? Also so eine richtige Höhle? Oder was? Was war da jetzt schon wieder? Wurde schon wieder irgendwas angezeigt, oder? Hey, man weiß es nie. Hier sind so viele Kräuter. Ah, ja. Kann ich hier hochlaufen? Ah, ne. Okay. Okay. Eine Felswand bewachsen mit, äh, Blättern. Also wir speichern mal eben ab. Okay, keine Höhle. Einfach nur so ein bisschen. Äh... Auch schön. Schade, dass wir das noch nicht abbauen können. Kann man hier... So generell... Kann man theoretisch... Hier den gesamten Weg hochlaufen? Geht das? Ne, geht nicht. Schade. Wäre cool, wenn das so knapp machbare Wege wären. Äh, so dort unten ist aber eine Art Höhle. Wo wir jetzt nicht so unbedingt hin müssen, ne? Okay, aber... Wo an... Oh, ein Grab. Wo soll denn jetzt der Bogen sein? Okay. Truhen ausberühren gibt's nicht mehr, oder? Weiß nicht. Ich... Selbst wenn scheint hier keine zu sein. Wo war's hier? Ich sollte mal wieder speichern. Äh... Okay. Okay. Was? Okay, hä? Ja, lauter Krempel und ansonsten... Alter. Irgendwas... Was war das Geräusch? Ist hier schon wieder ein Gegner? Glaub' ja schon fast, ne? Äh... Okay... Ja, weiter nördlich nahe der Felswand. Ja, wo denn noch? Ich war doch jetzt überall nahe der Felswand, oder? Ja... 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 Oder gibt's hier... noch irgendwas? Brause! Brause! Ist er beschuldet! Brause! Ich dachte jetzt irgendein Energydrink... Brause! Hm? Naja... Brause! Da vorne im Fluss laufen schon wieder gef... äh... nicht heute, ne? Nee... Gestalten! Mit denen ich jetzt nicht so unbedingt was zu tun haben... Wollen... Würden... Tun... Bla... Haben... Muss... Wort... Deutsch... Ja... Was gibt's denn hier? So... Vielleicht hat er ja hier seinen Bogen verloren... Einer da nicht... Okay... Ja... Mit denen mich anlegen... Brauch ich glaube ich gar nicht erst versuchen... Lalalalalala... Hier nichts mehr... Hm... Irgendwo muss doch der verdammte Bogen sein, wa? Und ich weiß nicht wo... Ich finde ihn nicht... Hm... Ich meine hier war er auch nicht... Hm... Naja... Dann werden wir das wohl entweder nie oder irgendwann anders erledigen... Ich hoffe doch irgendwann anders... Und dann gehen wir jetzt erstmal hier weiter... Entlang... Zeugen einer längst vergangenen Zeit... Ja... Du was... Ja, ja... Oh... Kann ich da... Soll ich da... Darf ich da... Es sieht zu einladend aus... Ja... Wir rutschen mal ein bisschen, ha? Wey... Leil... Er schwimmt halt erst... Ernsthaft hier drinnen... Wey... Ich muss einfach hier runter... Das muss sein... Was passiert hier jetzt? Wenn ich jetzt also... Och komm... Vielleicht... Ach schade man... Wird einfach zurückgesetzt... Schade... Schade... Naja dann... Geh mal halt wieder hoch... Schade... Aber wäre cool wenn du da jetzt unten hättest... Lang schwimmen können... Ich meine komm... Das sieht... So aus... Als sollst du da langen... So ein bisschen... Aber hier ist doch bestimmt was... Oder? Ne... Okay... Ja... Hier sind wir jetzt... Okay... Sag mal mies ey... Das ist doch alles auch so grün ist noch... Du denkst dir halt die ganze Zeit... Da könnte theoretisch auch noch irgendwas sein... Was du mitnehmen könntest... Aber... Puh... Keine Ahnung ne... Ich meine... Alter... Vielleicht ist hier ja was... Vielleicht... Äh... Wir testen einfach mal... Vielleicht sollten wir doch nochmal kurz hier... Zwischen stoppen... Und... Ich will mal da rüber... Ich will... Ich will es jetzt einfach testen... Okay... Du hast alles gut... Ja... Wunderbar... Dann können wir gleich weiter fliegen... Wenn... Es dann fertig aufgeladen ist... Dankeschön... Du... 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 Nein... Oh... Fuck... Kann ich denn wenigstens irgendwie... Hier ist Radioaktivität... Okay... Also ist... Oh... Dann sterben wir aber ganz schön schnell... Das heißt aber... Hier ist irgendwas... Hier ist auf jeden Fall irgendwas Wichtiges... Du warst jetzt auch verreckt oder was ist los? Okay... Interessant... Aber gut... Da sollen wir wohl nicht hin... Dann gehen wir mal... Hier entlang... Was haben wir denn hier so schönes? Einen... Eingeknickten Zaun und eine Treppe... Die wahrscheinlich oben zu dem Häusel führt... Häusel... Ähm... Beschaulich... Was? Ich werd blöde... Ich werd blöde... Mmm... Why... 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 Please... Don't kill me... So much... Kann ich den Kletter doch einfach... Beschaulich... Ah... Beschaulich... Ja... Können wir... Ah ja... Das Vieh mach ich platt! Halt ran... Halt ran! Halt ran! Halt ran! Ah... K... Okay... Oh oh... Oh oh... Oh, oh. Oh, oh, Duras, hilf mir doch mal. Ich bin mit jedem Schlag gleich tot. Ach, jetzt kann ich wieder nicht visieren. Ja, Duras, läuft doch mal so nebenher. Alter, ist dein Ernst? Jetzt reicht's mir. Ach, jetzt erst? Ei, 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 ei. Was soll man davon halten? Duras, Duras, Duras. Mein alter Freund, du, was soll ich mit dir anstellen? Einfach so. Wenn du mich nicht mal ein bisschen vor einem Läppchen Rappdorf verteidigen kannst. Beschaulich. Ach. Überall Gegner, gegen die wir nicht ankommen. Es ist... Ah, nervig. Da war doch... Nein, wir wollen nicht kämpfen. Ist doch gut. Der kommt jetzt nicht ernsthaft, oder? Ne. Ähm. Ähm, steht der da jetzt? Ah, ne, ist so ein Vieh. Okay. Na dann. Ähm. Oh, jetzt ist der Raptor noch hier. Sehr verrückt. Okay, wir können uns hier nicht lang bewegen. Gut. Leute, wisst ihr was? Mir reicht's. Hier ist einfach noch kein Platz für uns. Am Arsch, ey. So südlich hat das so leichter, ey. Ganz ehrlich. Wir gehen jetzt mal zum Aufzug. Und sehen dann weiter. Aber... Nee, nee, nee. So. Ein Wort zum Mord an Ascor. Geron ist ein Jäger. Er benutzt einen Bogen. Hätte er Ascor ermordet, hätte man die Leiche mit einem Pfeil in der Brust gefunden. Ascor wurde aber mit einem Schwert getötet. Ach. Richtig. Hm, gut beobachtet. Bin schon gespannt, was der nächste Verdächtige zu sagen hat. So, 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 so. Großartig. Großartig, ja. Ähm. Ich glaube... So, du hast immer noch nichts zu sagen, oder? Quatschen, fehlt mir die Zeit. Ich glaube... Na, guck mal, ein Pfeil. Und es bleibt einfach nichts anderes übrig, außer... Next Step, verbotenes Tal. Weil... Wir kommen hier einfach nicht weiter. Das, was wir hier noch nicht besiegt haben, können wir auch in naher Zukunft nicht besiegen. Unsere Quests führen uns ins verbotene Tal. Also, gehen wir dorthin. Ist halt nur die Frage. Hm... Jetzt? Oder mache ich jetzt einen Saffer-Job? Ich nehme jetzt gerade schon zwei Stunden auf. Und könnte auch so langsam mal... Hm... Aber ist jetzt die Frage, wie... Ähm... Wie ich die Folgen dann... Nee, eigentlich müsste ich noch so... Zehn Minütchen machen, oder so. Ja. Dann kann ich es recht gut aufteilen, denke ich. Muss man ja immer dran bedenken. Ich will ja nicht, dass ihr zu kurze Folgen habt, oder sowas, ne? Aber es... Ja, okay. Ah, sollen wir jetzt schon dorthin... Ah, ich weiß nicht. Es gibt's... Ah, wir kommen aber auch bei keiner scheiß Quest ordentlich weiter, ja? Die... Die Raptoren dort hinten, äh... Die wir mit ihm besiegen sollen. Dann, äh... Die Kneipensache. Ach, Mann. Dann Stormson. Äh... Keine Ahnung. Also anscheinend ist der schon im verbotenen Tal, so wie's aussieht. Geh ich jetzt mal von aus. Ja, und ansonsten... Ich würd sagen... Wir gehen einfach mal... Warte. Hier ist noch ne Pflanze. Hier ist noch ein Pfeil, den ich nie mitgenommen hab. Hui. Wir gehen einfach mal den offiziellen Weg, hä? Ich mein, die ermordeten Leute hier haben wir ja schon... Inspeziert. Und die sind auch schon verschwunden komplett. Die Leichen. Also... Ups. Ja. Ah, hier geht's dann halt runter. Dann machen wir uns mal auf, ne? Sieht ja recht interessant aus hier. Äh. Respawned, oder was? Ja. Ich sollte mal eben mal Heiltrank reinwerfen. Wunderbar. So. Ei, ei, ei. Das ist hier ein bisschen sehr gefährlich. Ich weiß, ich hätte auch einfach so mit dem Jetpack runterspringen können, aber... Ich weiß nicht, mir ist halt grad danach, einfach hier so lang zu laufen. Ich möchte den Weg gehen, wie er Sinn macht. Irgendwie. So. Also, aber der führt uns auch bloß zu dieser einen Brücke hier, nicht wahr? Oder geht's hier auch noch außenrum weiter? Also, die Brücke wiederum führt uns einfach irgendwo hin? Okay. Aber, wie sieht es mit hier aus? Das ist der Aufzug von unten, wa? Ah ja. Vielleicht finden wir ja da das besagte Zahnrädchen, ha? Aber... First. Schau. Ups. Na, Kuh. Kuh, 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 Kuh. Ach, Mann. Ach, die Ausdauer, die Ausdauer. So. Dem Huhn geht's immer noch gut. Okay. Was denn hier? So, Papier, Elixit, großer Eiltrank. Elixit, Elixit. Hier wurde schon wieder jemand. Getönt. Nachricht eines Verbanden. So, so. Was denn für eine Nachricht. Ihr verdammten Schweine! Sollen die Kampfmaschinen der Alps dafür, dass ihr mich hier verbannt habt, doch eure verfluchte Stadt Goliath überrennen und euch alle zu Tore queren. Ich dachte jetzt, erstes wäre irgendwie ein Fehler, aber stimmt der Satz. Stimmt, okay. War kurz vor Ort, okay. Äh. Und warum? Nur weil ich überleben will. Wie jeder andere auch. Eure Magie zu erlernen dauert mir einfach zu lange. Okay. Aber eine Schusswaffe der alten Welt zu verwenden soll ein Verbrechen sein? Womit soll ich mich denn dann verteidigen? Mit einem eurer langen Käsemesser? Idioten. Ihr haltet euch doch selbst nicht an eure Regeln. Euer lächerliches Berserker-Gesetz ist doch nur eine Fassade, hinter der ihr euch versteckt. Bis die Zeit euch einholt. Hoffentlich bald. Verrotten sollt ihr alle. Hat natürlich valide Punkte, ist ein bisschen sehr aufgebracht, aber... dass halt einfach eine Schusswaffe benutzen ein Verbrechen ist, ist halt auch einfach nur... Wow. Okay, hier gibt es auf jeden Fall Schalter. Vielleicht drücke ich die auch gleich noch. Eine Schatulle, okay. Okay, okay, okay. Ich habe vielleicht gedacht, hier ist jetzt das... Zahnrad, aber okay. Äh, Schatulle. Schatulle irgendwo vorhanden. Aber was ist doch... Muss aber bei irgendwas sein mit Ausrufezeichen. Äh... Äh... Warum nicht? Why? Ja, die müssen wir auch immer noch ausgeben, aber... Hä? Das ist vielleicht irgendwie... Äh... Was haben wir denn hier? Achso. Naja, das genau. Ja, und das und das. Die drei neuen Quests, die wir... alle nicht gebacken bekommen. Aber wie... Hallo, Schatulle. Ich habe eine Schatulle aufgesammelt. Ich würde die eigentlich sehr gerne jetzt mal öffnen. Wenn ich ehrlich bin, so... Äh... Aber... Scheint ja hier nicht zu sein. Klar, warum soll es so bei Nahrung und Pflanzen sein, aber... Hier... Materialien vielleicht... Sonstiges? Da! Schatulle. Könnte wertvoll sein. Ich kann die nicht öffnen. Wow. Schade. Schade, schade. Das war Wasserfall. Wenn ich unter dem Wasserfall... Ist was... Okay, Leute. Was passiert, wenn ich den Schalter hier... Nix. Was passiert, wenn ich den hier drücke? Passiert nichts, funktioniert nicht. Scheiße. Schlecht. Aber wenn da wirklich irgendein... Kackzahnrad fehlt... Könnte es ja überall hingefallen sein hier. Oder etwa nicht? Wenn der Typ einen nicht belohnt hat. Naja. Laufen wir mal hier weiter. Gucken, was es sonst noch gibt. Wobei ich... Ach komm. Ich will hier jetzt mal runterkommen. Kann ich den Wasserfall erhebsten? Bin ich jetzt... Hinterm Wasserfall bin ich... Was bin ich denn gerade? Ist mein Kopf gerade in der Luft oder... Es ist schwierig zu sehen, was jetzt davon genau Wasser ist. Weil es halt einfach so... Ja, das ist schon eher schemenhaft dargestellt. Das war... Was ist denn, du rast jetzt schon wieder? Soll ich vielleicht wieder hoch? Wäre das vielleicht eine sinnvollere... Achtläufen. Da bist du ja. Gut. Alter, dein Ernst. Ja. Und... Ey, dein Ernst, dein Ernst, dein Ernst. Ja. Jawohl. So muss das sein. Äh, müssen wir direkt... Nein, nicht das, sondern einen Heiltrank. Nehmen. Und... Den speichern. So. Okay. Oh. Mal schauen, was wir hier unten so finden können. Einen toten Fischer. Letzte Nachricht erhalten und Notiz eines Fischers. Warte mal, ist eines ein Audiolog? Na dann. Die Sonne geht unter wie jeden Tag. Von hier oben hat man einen wundervollen Blick auf das Tal. Bitte. Ich will das Ende noch nicht. Warum haben sie mich abgelehnt? Warum? Ich verstehe das alles nicht. Okay. Äh... Frage von wann das ist? Naja, egal. Moderne Technik. Heute habe ich diese... Äh, dieses merkwürdige Metallteil im Fluss gefunden. Es scheint von oben ins Tal herabgespielt worden sein, ob jemand... Ob es jemand von den Klippen geworfen hat. Ich könnte versuchen, es zum Aufzug zu bringen. Wenn ich es erkläre, werden sie mir das möglicherweise anrechnen. So, so. Haben wir das gerade aufgesammelt von ihm oder liegt das jetzt noch im Fluss? Vielleicht ist das ja... Äh... Ich weiß nicht. Was ist das hier? Ist das seine Hütte? Oh, oh, was? Äh... Ach, da! Wow, 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 wow. Okay. Nahkampf. Äh... Ach, komm schon. Tja. Jetzt möchte ich aber auch bitte mal ungestört hier looten können. Ah, warte, da ist Fell. Fell, Wein. Vielleicht hat er das ja in seinem Haus. In irgendeiner Kiste oder so. Kleiner Heiltrank. Ein Krug. Ein guter Becher. Noch ein Krug. Oh, da ist doch noch ein Krug. Noch ein Krug. Noch ein Krug. Ne Öllampe. Das sind viele Krüge, die hier alle haben. Das ist der Shit, ey. Wir sind in Krughausen. Scheiß auf den Magallan. Krughausen heißt das Ganze jetzt hier, ja? Hat der vielleicht noch... Irgendwas auf dem Dach liegen oder so. Da weißt du, als Geheimversteck. Da liegt tatsächlich eine Zange. Kann ich den mitnehmen? Hä? Warte. Ne, in dem Besen. Okay, okay. Aber ist schön. Ist zwar nur eine kleine... Naja, nicht gerade stabile Hütte. Aber so am... 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 Teil am Fluss. Schöne Nische hier. Sieht toll aus, finde ich. Und an der Stelle... Beenden wir auch die heutige Aufnahme-Session mal wieder. Leute. Ich würde sagen... Ähm... Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, wenn ich da nicht. Und... Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Ciao, Leute.